ja liebe just cause 3 fans da bin ich wieder die station ist befreit den scanner haben wir und wir müssen ihn nach dahinten bringen na schauen wir mal was uns so erwartet da geht's hoch in die luft wir müssen wirklich mal über deine erfindung reden na da komme ich so nicht hoch glaube ich da müssen wir ich brauche diesen scanner amigo wer das bavarium kontrolliert kontrolliert ganz medici und mit diesem scanner könnte ich die agency vielleicht dazu bewegen die rebellen stärker zu unterstützen mal sehen was ich tun kann ich kümmere mich um sie wo bin ich jetzt gelandet scheibenkleister viel zu hoch kann ich hier irgendwo schutz suchen wo haben wir waren waren war ihn verdammt na da ihn hätte ich ganz gerne weg da weg da weg da weg da einer ist unten okay so habe ich den erwischt nein da will ich flächendeckend hier beschossen so der ist weg der ist auch weg gut ich hoffe mal das hat gereicht und weg da ich werde gesucht entkommen sehr schön na das hat nicht gereicht okay ich bremse mich hier den regen aus oder was nicht in die baumkrone nicht in die baumkrone so da wandern wir mal so ein bisschen hoch und wieder ja dankeschön manchmal ist es doch noch ein bisschen hakelig recht wortspiel so und ja schön wunderbar und da entlang hangeln so schießt denn da wer und da muss ich hin hallo ich würde da ganz gern johann ist klar ich komme da nicht weg na nein so knapp holla die wahl das gab ordentlich auf die nase na gut jetzt den schnelleren ordentlichen weg dahin zu kommen ich bin natürlich so schrauber schnappen ich habe ihn immer du musst den scanner auf ein großes gitter in der anlage von chimaleon legen das gerät misst spuren von raffiniertem barbarium gut machen wir da haben wir doch ein hubschrabschrabs so schnappen wir uns eine bewaffneten hubschrauber und vorwärts geht's versuch mal nicht direkt da dieses laut meiner daten ist der scanner instabil ist vielleicht beschädigt könnte explodieren beeil dich wir müssen wirklich mal über deine erfindung reden sooo ich brauche diesen scanner amigo wer das barbarium kontrolliert kontrolliert ganz medici und mit diesem scanner könnte ich die agency vielleicht dazu bewegen die rebellen stärker zu unterstützen mal sehen was ich tun kann schärten sooo du wurdest entdeckt soldaten nähern sich Rico ich kann mich umsehen 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 gut platziere den scanner am gitter neben dem raketen silo wenn ihr raffiniertes bavarium entdeckt hat die ravello möglicherweise ein bavarium gefechtskopf sehr gefährlich oah la ich möchte da gerne hoch danke dankeschön wo muss ich hin wo muss ich hin oah jaja hallo oah nerv wenn wir mal wieder jemand sagt wo ich hin darf ich finde mal ada 55 meter da sind aber nur waffen da wollte ich gar nicht hin ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung wo sind die hubschrauber da ist einer da war einer der ist auch weg der turm da hinten noch nicht ganz so wo muss ich denn jetzt 90 meter nach da machen wir das doch mal kurz muss ich runter toll ich finde mal wieder nicht den punkt wo ich hin muss ah nervt mich doch nicht 22 meter runter das ding hacken wir mal ganz kurz hier da ist zu natürlich wie komme ich denn da jetzt runter ich habe keine ahnung wie ich da runter komme das ist wieder bierig hier bei dem spiel weil das ist ja alles nur außen gelände komme ich hier runter werde wahrscheinlich aufgrund der zeit gleich hier hallo kann ich das ding hier nicht hier ja 50 sekunden noch um das ding da zu platzieren ich habe keine ahnung wie ich nach unten komme Schön, sind wir gleich mal wieder gescheitert. Schöne Blumenwiese. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ja, dann explodiert er halt. Och Leute. Ja, ja, gescheitert. Ich weiß. Ich weiß noch nicht, wie ich da runterkommen soll. Hm. Okay, ich bin da. Was, wo bin ich? Och, jetzt habe ich nur 55 Sekunden Zeit. Ja, klar. Wie soll ich die Mission denn jetzt bitte schaffen, wenn das Ding in 55 Sekunden explodiert? Hm? Das schaffe ich doch jetzt niemals. Wie soll ich die Mission denn bitte jetzt noch hinkriegen? Kann ich doch völlig knicken. Ah, da, da. Ja, toll. Ah, okay. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ah. Okay, das... Ich wusste nicht, dass das an der Außenwand ist. Bin ich das? Ha. Also es... Plopp. Hm. War ein bisschen knapp. Na? Ich weiß schon, was ich mit dem kaputten Scanner mache. Ich habe den Scanner... Oh. Gute Arbeit, Rico. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Nein. Oh. Treffen wir uns im Café Francesco. Da gibt es leckere Kuchen. Oh, Junge. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Da sieht gerade nicht gut aus für mich. Autsch, 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 autsch. Und weg da. Also. Ohlalalala, das tat weh. Ich will erstmal da raus. Alarmstufe zurücksetzen. Ja, was heißt denn das? Aua, aua, aua. Ja, wenn ich da geschossen hätte, dann wäre das übel ausgegangen für mich. Ja. Boah, schade. Nein, nein, nein. Da kam ich nicht mehr schnell genug raus. Schade eigentlich. Also mit dem Hubschrauber habe ich echt ein bisschen Pech. Ja, wenn ich die versuche zu körpern, dann bin ich mal ganz schnell irgendwie platt. Na gut. Ich weiß schon, was ich mit dem kaputten Scanner mache. Ich habe den Scanner schaltet. Wo bist du? Gute Arbeit, Rico. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ha, treffen wir uns im Café Francesco. Da gibt es leckere Kuchen. Oh, Junge. Aua, aua. Den hätte ich vielleicht zuerst platt machen sollen. Ach, das ist ein Zivilist. So, ja, wo muss ich denn hin? Ich mag erst mal so ein bisschen so außer Reichweite. Wo ist denn der? Boah. Runter da und ins Wasser. Erst mal nach oben. Was schießt denn da? Ah, von unten. Und mal erst mal das ganze Gebiet. So. Denken wir mal das ganze Gebiet da mal kurz eben ein. Sehr schön. Da mag ich das. Ein bisschen Ruhe. Man lässt mich schön in Ruhe. Ich kann ja einfach alles niedermähen. Das Ding da eigentlich schon weg jetzt? Oder braucht er noch ein bisschen? Jo, der ist auch weg. Da ist noch was Rotes. Da ist noch ein Stumpf offen. Die Luftschrauber da hinten interessieren sich gar nicht für mich. Das ist auch schön. Kann ich dich aus der Entfernung runterholen? Ja, kann ich. Sehr schön. Da haben wir dann auch Ruhe. Da hinten ist noch so ein Sauerstoff, so ein Tank, ein Treibstofftank. Kann man direkt mal gucken, wie viel wir das schon platt gemacht haben. Oh, fehlt noch ein bisschen was. Können wir es mal ein bisschen näher wagen hier. Oh, kehre zur Schelden zurück. Ich wusste nicht, dass ich hier eine Zeitbegrenzung habe. Ah, okay. Wunderbar. Aber ich kann sie trotzdem aus der Entfernung natürlich. Das dauert. Ob ich da noch was erwische? Ich glaube nein. Schade, dass ich den jetzt nicht... nicht weiter so einfach benutzen kann. Da ist noch was über. Ich weiß noch nicht was. Der Ton selber. Aber den kriegt doch nicht ganz zerstört, oder? Wir machen mal beide mal alles, was wir haben. Ja, ist noch ordentlich hier. Na gut, ein bisschen Rest muss noch übrig bleiben scheinbar. Ja, das wird es so weit sein, oder? Ja. Treffe ich da was? Nee. Wäre ja auch zu schön gewesen. Den hätte ich... Den würde ich gern behalten. Hm, haben wir noch was in der Nähe? Nee, ich glaube nicht. Da auf der Kreuzungsplatz. Oder da. Oh, verdammt. Muss ich die Ponsensalstation niedermähen? Na gut, machen wir die mal kurz platzieren. Jetzt kann man noch reinreißen, das Tor alles gut. Oh, wenn man noch nicht... Ich müsste mir vielleicht mal drauf gucken, was ich wieder alles tun muss. Ah, Treibstofftank, Flagge, Polizeistation, okay. Ah, da haben wir wieder... Die Stato lässt sich mit Sicherheit auch so einebnen. Das Ding lässt sich so einredmen. Da haben wir noch einen... Da haben wir noch so ein Ding. So. Haben wir noch was? Was haben wir denn noch? Lautsprecher. Ah, da hinten. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen angeschlagen, was den Heli angeht. Aber von da weiter oben dürfte das nichts machen. Sau, Lautsprecher haben wir alle. Er lässt sich ein bisschen schwer fliegen, so angeschlagen, der Heli. Aber damit haben wir uns jetzt ein bisschen Arbeit gespart. Das dürfen wir auch erledigt haben. Flagge hissen, okay, klar, muss ich runter. Propaganda, Wein. Ach, der. Der habt ihr grad da fliegen sehen. Äh, fahren sehen. Fliegen sehen, aber gut. Schnauze. Okay, den Van kann ich auch nochmal so. Flagge hissen, Propaganda, Projektor, Projektor, wo haben wir den denn? Ah, da ist nochmal. Jaja. So, das Plakat ist auch weg. Ah, den Van habe ich noch nicht so ganz. Polizeistation, Käpt'n, Propaganda, noch ein Propaganda Plakat. Ah, da. Ah, da. No, ein Stück zurück hier. Es müssen die Plakate aber eigentlich alle weg sein. Habe ich. Habe ich. Ich habe doch das Plakat da weg gemacht. Gut, das ist auch weg. Da haben wir noch so'n... Projektor ist weg. Da ist noch ein Plakat. Plakat weg. So, Flagge, Propaganda, Van und die Polizei. Die Polizeistation nervt mich ja gerade ein bisschen. Warum? Soll ich eigentlich davon ausgehen? Ah, nein, 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 nein. so ich fürchte nur dass die müde so langsam den geist aufgibt das meiste dürfte ich aber platt gemacht haben so da haben wir noch mal so ein band so 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 ja ja das ist heikel erst mal weg hier erst mal aus dem gebiet raus muss diese schrauber loswerden oder im jahr so 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 da rein bitte und ich denke mal schön ein da ist der propaganda wenn der ist auch weg sehr gut sonst haben wir wieder ein bisschen mehr ruhe da sind keine ziele mehr was haben wir jetzt noch wir schauen mal polizeistationen flagge okay wir gehen noch mal zur polizeistationen wo war die noch da ja das sind meine eigenen jungs die da noch stehen was will er denn dann noch geklärt haben an der polizeistationen polizeistationen ist immer noch nicht geklärt ne ich melde da jetzt mal alles nieder was da so geht naja gut hier können wir landen so so da lande ich jetzt mal ne die brauche ich jetzt nicht ich hätte ganz gerne so genau was will er ach das so konnte ich nicht platt machen oder was so da sind meine jungs zur unterstützung sehr gut ist sie jetzt fertig so es fehlt nur noch die flagge ist na na gut so das ist unser da 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 so damit hat die folge auch jetzt quasi ihren höhepunkt erreicht und ja wir werden jetzt glaube ich nur schelden kurz besuchen fonte grande tour neue herausforderungen ja gut geländewagen das habe ich auch noch nicht gemacht bisher muss ich auch mal 1 6 na gut so die ist unser alles schön die gehen da ganz entspannt durch die gegend hoch schuldigung wer ballert denn da jetzt schon wieder wo? ach da ja die jungs machen das schon so ähm ich habe keine ahnung wo ich jetzt wieder hin muss verschaffen wir einfach mal wieder kurzen überblick hier oben schelden erreichen schelden erreichen fantastisch ich wurde gerade informiert dass rico die DRM aus fortalessa gejagt hat sie will revolution meine freunde ah da unten ist er bombs na sieh mal einer an wen haben wir denn da ich glaube wirklich dass du eine bessere liebevollere welt erschaffen willst hier ist dein bavarium scanner verbindlichsten dank schön dass du mich besucht hast so dann verabschiede ich mich natürlich das wird dir gefallen das jetzt noch mario einer von die ravellos wissenschaftlern will vielleicht überlaufen na endlich mal gute neuigkeiten wir treffen uns in lantuina und halt den ball flach bis ich da bin kein problem ich bin ein meister der raffinesse gut ich auch und ich verabschiede mich jetzt endlich bombs und sonst bis zum nächsten mal action für den frieden du bist mein held